die LB die Säge der Zosken und willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Terraria 1.8 ähm die Liga hat die Säge okay ich weiß bitte begrüßen aber ganz von vorne langsam an die Leute die Säge aus dem wir kommen zur zweiten Folge von Terraria 1.3.0.1 ich mag es einfach voll das zu sagen ja das ist wirklich der Versionsname ähm wieso sind hier so viele Cthulhu's Alter ne Mutter geil das die hat die alle gespawnt wahrscheinlich ähm ja also dieses Video dieses Video kommt ähm irgendwie äh spät am Abend am dreißigsten sieb sechs dreißigsten sechsten 2015 raus ähm äh ne das war das letzte Video aber dieses Video kommt am dreißigsten raus und jetzt am dreißigsten kommt auch ein Video raus was wir heute aufgenommen haben am dreißigsten weil es ihn auch gibt am ersten meine ich ähm ähm also Spoiler gestern Leute gestern kam ein Video heute kommen zwei Videos äh glaube ich mal und bete und hoffe ich wenn ich nichts falsch mache in meinem Leben ähm und deswegen lassen wir jetzt mal diesen Girl die Zombie rein und slain die direkt ab ähm weil wir haben ja so eine harte Slain den direkt ab alle Leute alle Leute und wir freuen uns bis jetzt nicht in der Falle als die Terraria spielen echt ja mein ganz freundlich spielt ja keine Terraria ja guck mal bei mir haben vor innerhalb von fünf Minuten Mr. Epic und Chaos Gamer bei Terraria gestartet Mr. Epic wenn mir startet keiner Terraria das hat keine Freunde man, kauf dir welche aber auch feuch hat einer Holz für mich? Ja, ich hab ein Holz! Einen Holzplan kann ich dir geben ein Wort Alter! ja ok damit kann ich das Haus fertig sein ja ok komm hier haste haste, kannst, kannste haben wie kann man droppen? G. hat einer Stein? G. funktioniert nicht, G. funktioniert nicht, G. funktioniert nicht, G. funktioniert nicht, G. funktioniert nicht und der G. wie kann man droppen? oder Q? wie kann man droppen? recht ernsthaft nein ich hab's in meinem haus platziert ich hab's im haus platziert ich gehe drauf ich gehe drauf ich gehe drauf ich gehe drauf nein wenn ich das jetzt oben in der hotbar ausgewählt habe das hat jetzt alles so eine bessere bauabbau animation das geht jetzt nicht mehr irgendwie von außen so ein bisschen kaputt sondern das ist wirklich eine richtige an die menschen animation animation ja von dem steil auch mal nicht weiter schlagen ich habe schon drei von diesen stern ich glaube man braucht fünf und hat dann wohl seht ihr es im chat hat den 50.000 zombie geslecht lol aber das ist schon 50 ist achievement was nicht schief mit ja nein so ich weiß nicht ich glaube nicht wirklich nicht die leute ich habe so ein ding gedruckt bekommen oder gefunden das ist so sagen so ein buch und das heißt immer wenn ich weins abbaue bekomme ich da los das ist voll gut erst mal mit meinen leute leute bittburger fast brause bittburger fast brause ja das ist das beste was man im leben trinken kann er hat diese auch noch sich auch nicht traurig ließen oder gerade das leistet und er hat mich in der festplatte und deswegen ja deswegen muss ich jetzt ein geld sammeln und singt manche product placements auf sich auch hat er kann er exakt 50 abgezählter abgezählter wenn er fast vor ist einfach geile ich trinke die im alter ab aber ja geil ja auch das stimmt ja aber aber eigentlich ist zitrone ganz lecker um das ist doch aufgefallen dass das ist Curry Chips aber ja ich habe von Fringles Pringles Pringles die paar Jahre Zeit temporäre Edition ja limited Edition ja von Fringles Pringles ja ich habe ein gold und 16 silver droppen lassen ich schreibe morgen französisch echt ja nein bist du bist du doof alter morgen ist der erste ja und am dritten schreiben wir deutsch und am achten schreiben wir französisch alter als wenn die die noch aufsetzt ist viel zu faul alter gesagt ja gut sie hat erst gesagt dass wir sie am montag schreiben ja und dann hat sie sie nicht geschrieben und hat sie gesagt ja ich muss noch so viel zurzeit ist ja egal ich weiß ich über so eine kacke reden ich war lieber hier sinnvolle sachen machen um Beispiel Latein ja genau Alter wann wird Tag her wann wird Tag guck dir den Mond an setz setz sequestration egal nicht setz sequestration ich sehe jetzt den Mond kann ich jetzt darüber habern und sehen wann der Tag kommt ne Leute es gibt keine Kacktee achso wir brauchen mehr live das ist richtig ekelhaft hier so exploren wir eigentlich wenn wir permanent drauf gehen und ich mein gold Jason gebe nein ich ist dir klauen stimmt ich werde sterben wie Goldbrot und RL mit werden hält du hast ja ich aber es gibt mir das heute ich brauche das für Dings Mami ich will nach Hause ja warte ich gibt es egal ich gebe mir gerade ein bisschen von dem was ich habe das ist nicht gerade dein Ernst na Mami ich will nach Hause mal wie soll nur weil ich dir 510 Holz getroffen habe fisch dich Dings Mami ich wieso hast du das gebraucht oder wie ich hab die ganze Zeit kein Holz hat einer holz also 350 milliarden leute wissen was ich heute ja ich wollte gerade eine trank truhe machen ja nein fang ganz recht damit an am besten ja ich will auch ein stern ich würde sagen das hat eine holz rüstung war das sieht aus wie angekackt also mark mark und ich bauen jetzt erstmal den hello later man braucht nur noch drei man braucht nur noch drei maler crystals für ein maler crystal für stars hast du noch hier einen ja dann job mehr den ich habe auch ein jetzt hast du auch ein ein schlitzel ja wir haben es auch in christian mit und die fans für zombies wegen dem banner hier haben wir ein zombie banner ja ja ich habe nur hingetragen das ist die halle weiter ich mache mit nein einer muss die dinge machen keine ahnung das haus weiter ich baue links du baust rechts ja wir bauen erstmal nach ganz unten ja jason bauhaus aber schön marco marco nein nicht alle nur 2 2 marco holz marco marco gibt immer irgendwie die hälfte oder so damit wir doch selbst machen kein holz ernsthaft ich erwarte warte jörn warte jörn ab sofort nur noch zwei tief bauen ok ja zwei breit nicht tief zwei breit meine ich ein kreis viel besser das volle aufwand alte jace ich gebe dir am besten nur einfach die hälfte wir alle sei überhaupt gar nicht nur noch für die steps einfach stündeln später alter marco wieso bist du permanent afk ist afk gurke 2.0 das baum ab aber auch mit hintergrundwände und häuser okay und nicht häuser an der untersten etage das schlimmste was man machen kann er war es häuser an der untersten etage er macht das nicht wie häuser wie meinst du da ja ich habe nur in den zweiten es ab der zweiten der untersten tasche macht keiner das in der untersten etage darf soll keiner einziehen ok die seite dieser mann uns kurzen aber wir machen war doch die nörse aber gut oder das kann ich später habe ich will erstmal wenn man dann lauf jetzt raus und verringen und man muss es gibt eine crafting station dafür braucht man stuhl und tisch das ist eine crafting station für irgendeinheit das ich gerade nicht mehr weiß kann auch sein dass von exo aber ich habe keine ahnung das ist voll gut naja das ist mega op für den anfang 9 mini ja egal dass erstmal weiterbauen nein sonst finden wir nachher den weg nie mehr die machte die neuen hartkristall so geil hilfe ja warte ich komme wie sehen diese briggs aus ist das schlimm dass ich glaube aber ich habe dir meine sterne gegeben aber man sieht geschützt oder hä wieso hast du ihn gefunden wir haben ihn beide gefunden aber egal du warst unsozial und bist weg gegangen als ich gehe mal aber es ist nicht schlimm wenn ich mich noch ein bisschen adamantik gecheatet habe oder ja geh mal weg ist das schlimm was wir gerade mal ein bisschen adamantik gecheatet nö nö ist ja ist ja pflegt ok also ich hab schon 24 gel die kiste ohne mich ja und habe auch nur weil du die kiste einfach gelootet hat guckt erst mal an jörn komm jetzt mal mit ja warte hier ist noch voll viel zeit scheiß auf lol alter hast mitbekommen ja das ist das später abbauen wir gucken uns erstmal alles an nein die müsst ihr ja aber erst später doch ist das besser oder weil wir erstmal gucken was es alles so gibt und dann später die langweiligen sachen machen hätte es ist es geil hat gern zeit nach unten zu bauen als ja oder halt anders wir haben wir erst das langweilige besiegen er möchte sich damit messen möchte sich mit der wall of flash müssen wer aber ich bin aber auch die hölle dann baue ich auch drei breit nein bau selber mit ich muss die zwischenschritte von ja und jetzt hat es auch trotzdem mit tiefer bauen ja wenn ich inzwischen ich habe schon sieben silber ich hatte schon einmal bau du einfach die erze das war geil dass der guide einfach diese ganzen scheiß monster tötet das ist das spiel von dem man kann es mir helfen ich werde gerade von einem scheiß wurm getötet und du baust zwischenschritte machen wir das hier einfach zwei ja du warst ja zu faul abzubauen alter jetzt machen wir zwei weil das ist das echt besser in der tiefe nur oben ist es halt wegen symmetrie sterb ich brauche mal hier ein bisschen frei damit das wasser ablaufen kann ich glaube es bringt gar nichts gehen so jetzt schauen geht es weiter hier und ich würde sagen warte mal kurz ich mache mal gerade diesen effekt raus so ist wieder besser und mehr wir sind ein bisschen unten und sie ist auch schon bei fast 15 minuten deswegen würde ich sagen gucken wir uns gerade mal an was marco so an erzen abgebaut hat und dann war es das für die folge du hast gesagt er darf man hat er aber getan ok marco was hast du jetzt für sachen geholt ich würde sagen wir machen einfach mal eine erzkiste er hatte bei die kisten noch mal alle ab bitte ich muss es als 1 tiefer setzen über das loot all jason muss ich auch noch hier rum wir machen was anderes dann setzen wir mal er gibt mir mal ein holz er hatte gerade um die kisten gegen die kisten die kisten ja hab ich gefahren da könnte ich zwei rein schätze machen müssen mich viel besser oder machen wir die unterste reihe normale tun weil ich glaube mal die die ganzen sachen die da drin waren ja nicht so egal leg ist einfach weiter hin wie dein inventar ist voll mein inventar ist komplett leer also lasst die aller rechte kiste blöcke machen aber auf jeden fall auf dem trank wo die brauche wir haben ich habe so gefühlte 300 milliarden wenn ich wurde hier das trinke kiste machen ja auf jeden fall brauchen wir ja später wir haben erst mal noch gar was wir haben schon fünf unterschiedliche tränke ich habe keine lustige abzeiten du hast auch noch welche egal dann passen die wahrscheinlich zu einer anderen hat er schon welche in der kiste außer du hast sie aufgesammelt ein blog ich habe das gerade 1 runter gesetzt habe ich erst mal so gewartet die kisten hinsetzen können ach so ich weiß nicht direkt alles auseinander aber deswegen kommt nicht aus der tülle weil ich einfach eins zu hoch bin naja während marco das fertig baut bedanke ich auf jeden fall wieder fürs zuschauen hoffe ich halt beim nächsten mal wieder ein und da wird dann sicherlich hoffentlich eventuell dabei sein und da wäre doch toll wenn ihn leichter lassen würde dann aber und dann sehen wir uns den nächsten fall wieder oder ein bisschen